Ja, das ist ja völlig gar nicht mitgekriegt. Ich wüsste gar nicht, dass es geht. Ja, das weiß ich bei den Red-Rot. Ich hab letztens auch auf dem Server, hab ich mal einen Entdeck, ein Zombie mit Kettenrüstung. Ja. Und eine komplette Kettenrüstung. Ja, ich hab mal, ähm, ich hab mal gehört, ich hab mal irgendwo gelesen und ich weiß nicht mehr wo. Ich weiß. Dass die, ähm, Rüstungen manchmal mit Rüstungen spawnen können. Ja. Jaja, also Zombies können mit Rüstungen spawnen. Und auch mit Wachen. Die, 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 die da spawnen, die haben manchmal verzauberte Bogen. Das ist übel. Infinity, das brennt's. Troppen, die dann verzauberte? Manchmal troppen sie in Bogen. Das ist ja... Ja, vielleicht auch troppen sie, wenn sie verzaubert ist immer. Nee, leider nicht. Leider nicht. Ich hab mal vor so ein Skelett hat mit Infinity Bogen und troppen. Infinity mit verbrennen. Und dann einfach, warum ambos sind. Passt. Oh, Axisfeld. Egal, den Baum. Den Baum noch. Ich hab jetzt eh bisschen Holz. Wenn du 64 Holz hast, hast du 64. Holz. Stahl. Nein, andersrum. Eine, eine neue Erkenntnis. Jaaaa, ich bin halt schlau. Ich fände es cool, dass sich... Ich fände es geil, wenn sich der Skin noch verändern würde. Aber das wäre, glaube ich, zu schwer. Wie meinst du, als wenn der älter wird? Wenn sich mit dem Misa der Skin verändern würde. Achso. Ja doch, der normale Skin ist anders. Ja, der normale. Aber nicht der... Ja, das ist ja auch ein andere Skin. Ja. Das ist ja kein Standard, der vom Spiel selber... Soll ich ihn zauberst du mit dem Haus machen? Oder da rund? Nee. Weil so kann man noch dazwischen vorbei, die ein bisschen besser ist. Aber... Könnte ja mal sagen, bei den Comments... Wo? Wo ist da unten? Die ein, zwei Comments... ...quartierbar. Ja. Wir kommentieren auch in drei Tagen, wenn das Video hoch ist. Jaaaa. Nein. Nicht wirklich. Was wollen wir uns jetzt machen? Eiersticks. Eierstickies. Stickies. Mann, die Taste sind mir gut. Hä? Ich dachte, das funktioniert wieder. Mit der Taste. Mann, ne? Ich mach mal jetzt mal zwei Äxte. Und dann noch ein Paar Schwert. Oder was? Schwerter. Eine Eisen... Und dann... Ein Eisenschwert. Und dann reicht's dir nicht. Mehr würde ja auch ein Ironischwert. Ein Ironischwert. Ein Ironischwert. Ah. Drummutsch. Ich finde aber das... Finde ich geil, dass die... ...beschiedenen Schwerter... Äh... ...beschieden aussehen. Das will ich gar nicht machen. Ich kippe jetzt den Bug. Ob schon dein Kriper steht. Oh. Verstand schon, Alter. Jaaa. Aber die verschwinden noch kurz. Ich weiß. Wenn man sie nicht... Wenn man sie nicht sieht... Schwinden die nicht. Ah, direkt du Bug. Ich freu dich nicht. Entwacke dich. Entwacke dich. Entwacke dich. Entwacke dich. Entwacke dich. Du sollst die backen. Jaaa. Wacke deine Sachen, oder? Haha. Uhhh. Alter. Da war ich drin. Da war ich drin. Hm. Letztes Mal bei Junkins Placeshowdier. Hab ich eigentlich. Äh, der hier noch weg da. So. Ich kann mich nicht mehr schon überwundern, dass es da war. So. Entwacke. So. Ah. Ja. Die Übungsverschönerung ist mir auch nicht gewendet. Ja. Ja. Es sieht nicht so toll aus. Ich finde aber, das Wasser ist nicht so schön. Bei Lisa. Guck mal an. Jetzt mal. Wir brauchen noch Eis. Jaaa. Wir verschieben mal die Hühnerfarben. Das ist einfach zu eisenintensiv mit den Töchtern. Das ist einfach zu eisenintensiv mit den Töchtern. Warst du eine Eisenhacke? Ich hab sogar zwei. Nee, lass, lass, lass. Solang die ersten noch nicht aufgebrockte Fernwenden sind. Na toll. Fail. Wir haben auch noch ein Eisenschwert. Ja. Epik. Puh. Shit. Egal. Ist das eine Redstone-Fackel da? Die sieht ja kacke aus. Probier, eigentlich, den irgendwo noch. Ähm. Brauch ich nur mal deinen Kacken. Hm. 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 Ich würdest du lassen. Ja. Ist so gut. Ja. Ja. Andererseits könnten wir auch so ein Landhaus bauen. Ja. Somit überstehenden. Ja, aber das würd ich dann anders machen. Oh, diese kanadischen Blockhäuser. Die find ich auch geil. Der hat noch sie raus k거든! Töne. Es ist scare, Mum, der hat uns auch mal in año Ol goose Shat. Hm... war Cool. Ist das hart nie soPDach? Es minst address, nochmal sollte mich behandeln im Ohren. Schwer im K子 zu 터ßen. Töne. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.